ja sag mal was David Achso, ja, ähm was sag ich mir mal sag einfach Hallo Hallo Hey, voll von hinten in den Arsch gefotzt, Mann Iiiiih Jetzt musst du blutkotzen weil du den Popo zerrissen hast Das ist voll grausam und eklig Also jetzt laufen wir mal zur Stelle Skill mal, skill mal Kann wir skillen? Ja Blaze Francie, oder? Nein, nein, nicht Death Was denn? Power Da, Blade Francie Was macht denn das? Lohnt sich das? Ja Wenn wir doch schon die Millionen haben Ja und Ist doch jetzt richtig cool Die Millionen ist eher gegen starke Einzelne Und das ist gegen Massen Kannst du nicht? Jetzt musst du auch vom Stehen Jetzt schlag mal Ja Okay Ja, ich glaub das ist nicht so schlecht Da liegen schon viele Teile zumindest rum Nach einer Zeit fällt der Mächt nicht mehr auf wie brutal das Spiel eigentlich ist Das ist mir auch schon aufgefallen Nein, das ist eigentlich echt beängstigend Dass das so Oberkörper rumliegen Oder paar Beine abgehakt werden Oder so was ist man auch nicht mehr Das ist halt einfach so Man stumpf doch irgendwie ab die Spiegel Das ist ja Aber das ist ja Und das heißt Hier ist Ich bin Ich bin Nein, es ist ja Das ist ja Ich bin Kuchen Macke bocht Die bitte Wenden Kommen die fest Diese Ja Ach Es wurde massiviert. Die Bank hat sich in der Stadt verabschiedet. Du musst sicher, dass die Bluttox-Publikum in Times Square kommt. Dann, wenn die Suppe für Bluttox-Publikum kommt, riecht die Sachen in den Boden. Geh es raus in die Lichter. Without deiner Hilfe, diese Maschine wird nicht mehr als ein Kilogramm in Times Square geben. Oder? Mhm. Deployed. Blutten. Ich hab keinen Wortverstand mehr an der Gegend, was sie gerade gesagt hat. Schnell! Oh Gott. Ich muss die Anlage beenden, bevor der Konvoi losgeht. Okay, jetzt musst du irgendwo. Okay, dann was musst du jetzt machen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Soll ich mich bitte kippen? Soll ich mich bitte kippen? Nein. Soll ich es diskutieren? Loot-Talks heißt das Zeug. Loot-Talks. 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 Ja. Ja. Das dauert, glaub ich nicht. Ich will einfach mal mit. Ich fühle mich das schnellprotect. Und ich habe das schnell läuft wie du. Ich bin ja die Bremse gesprungen. Ja. Da wird sich nicht mitmachen. Nein. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn ich mir jetzt auskleide, dann... ...sehen sie mich hier. Aua. Wie könnte man sich jetzt in Manhattan auskleiden? Das hat mich ein paar Konsumen. Würste man wo Times Square liegt... Mein Ziel wurde gesprengt. Würste man jetzt wo Times Square ist, muss man gleich noch fahren müssen. Stimmt. Ich glaube, der ist an der Seite vom Central Park. Meine Ziele werden dauernd gesprengt. Ich habe keine gecheckt. Fällt dir auch kein Maul von dem Ganzen. Ja, den ganzen Geburschtel wundert es mir nicht. Sondern dich, wenn es kein Maul fällt. Immer wenn meine Ziele gesprengt ist, dann nicht. Komm mal an, bitte. Aua. Blöder Wichser. Der das Pump-Alte wiederkommt. Der das Pump-Out-Auto hat schon gedacht. Mh, ja. Gibt es nicht irgendwo Raketen-Werfer? wo soll ich mich jetzt echt entkleiden ich kann hier ja lebensschutzschild spielen hab ich gut gemacht oder diese von jetzt zurück sind jetzt den ganzen Weg umsonst gelaufen jetzt fährt die Zeit wieder umgelegt die haben nur regroup gemacht ja jetzt lassen sie das Fahrzeug vorne ran fahren das ist praktisch ne, noch mal drei Panzer davor und das ist jeder gechilltest und auch immer die coolste Mehl komm doch hin hallo hau das Ding mal mit den Händen bis Gott mit den Händen noch eins los ich wär so'n Auto vorbeigemann gut, fahr mal ruhig nah dran vorbei immer nah dran vorbeigemann das ist wichtigste ich hab's aufgereiht jawoll jawoll aber nein nein ach wieso schießt die mal alle Menschen ab also wenn's am Rand vom Central Park ist dann ist der gut das ist der echt geil ne das ist der echt geil das ist der echt geil wahrscheinlich wird's auch kein Interessentierer wenn wir den Lutinen auspacken oder was probieren wir's nicht ach so, ich jetzt rein nein nein, aber hat sich die Kette wieder zu sehen hör mal wie ich da vorgehe aber das wird grad voll angegriffen ja, das ist grad voll witzig und prügelt die Teile machen ihr wollt eurem Prügeln es geht doch vielleicht ohne Gewalt ja, wir wollen aber nicht unbedingt verlieren, weißt du ja, ihr vielleicht schau, es hat keinen Schwein interessiert ja, schau es hat nicht mehr so viele Leben schau wie back home ja, keine Ahnung wir sind jetzt fertig hier hast du doch gesehen was wir gemacht haben ja, hey muss ich mal was machen und das ist die Sango das sind wir kein Robben ich denke ich bin blöd das ist die Sango die der vorne macht den Gaudi drehen sich einfach im Kreis und schießen Ah, da vorn kommt wieder so ein Ding. Ich habe eine Bestimmung. Ah, ich verliere so viel Leben. Oha. Hey. Achso, ich bin hier voll der Tank. Du musst noch was konsumen hier. Ja, muss ich. So was zum Beispiel. Oha. Dieses Watz, watz, watz. Wo ist denn das jetzt so? Oh, scheiße, ist der weit gefallen. Oh, da sind natürlich viele Totenköpfe auf der Karte. Bam. Toll. Ja, nicht so praktisch. Wir hatten ja einen Checkpoint. Vielleicht wirst du mal einen Panzer übernehmen. Ich glaube, es bringt's. Ja. Ich würde vielleicht nicht den Ersten nehmen, weil der zeigt an, wo es hingeht. Das wissen die anderen nicht, oder? Was? Das wissen die anderen nicht. Ja, sonst ist das Viech da noch das Erste. Das interessiert ja echt gar niemand mehr irgendwas. Ja. Da ist das Erste. Ich werde ja inzwischen vielleicht gecheckt, dass... ...und für die Verhobung... Jetzt fährt der nicht hier so krass vorbei. Nein. Das ist halt egal. Die haben aber schon wie viel Leben verloren. Ja, mit der Seitenpanzerung entstehen. Nein. Ja, Puff, get sie aus dem Bump! Decke Feuer! Jack-Lot unter Attack, Backclash! Die Erfahrungseanzage kommt gar nicht mehr hinterher. Ja, viele Autos halt das BloodTax-Vehikel nicht mehr. So knapp haben wir vorher verloren. Muss der da jetzt auch durchfahren? Und jetzt halt jetzt haben wir das Gift-Vehikel an sein Ziel gebracht. Toll. Ist doch wunderbar. Wir haben vorhin alle kaputt gemacht. Ja. Mission komplett. Du siehst, nicht schlägt. Kontinue. Wohne ich weiter, ne? Noch konsumieren. So riesengebaut. Das sind Menschen. Das beste Fleisch. Das ist eigentlich, wenn du einen Zombie konsumst und dann dich in den Zombie verwandelst. Geht doch nicht. Das ist mal der alte. Das war der normale Mensch, der erwacht. Ich bin jetzt letztes gegessen worden. Okay. Das war fertig. Ich glaube, es gibt einige Biologen, die lieben gern dieses Virus-Modersuchen. Ah, springen. Wenn man dieses Scheißgebäude in diesen Einbuchtungen da... Hey, da mal wieder. 140 von 200 Walter Mann, Viertel. Das ist der Königin der Welt. Das ist die Welt. Ja. 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 Ja, das stimmt. Ich hab doch hier so. Und was auch machen wir so will, oder? Ja. 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 Der andere, das nennt. Was war das jetzt? Die... Die... Und da waren alle tot. Surfen! Du holst mir kein Spike-Team. Stopp! Ja, das... Und... Sie wollen dann... Du kannst ... Ich bin deinem Taxi. Ich bin deinem Taxi. Ich muss das jetzt rausgehen ... das ist danach wiedergeführt jetzt sind wieder so da dann wir geben uns ganz friedlich zum Checkpoint wenn ich Ich mag Satellitenschüsseln nicht. Wenn da alles irgendwie verrottet ist und dann siehst du immer wieder so Ansammlungen von Knochenbergen, aber aus völlig zersplitterten Knochen von ein paar hundert Menschen. Ja. Ja, das stimmt. Wir wollten sie auch noch fällig machen. Boah, was ist das denn da alles? Das ist ein Hirn. Ja, zwei so Dinge. Da hast du auch eins. Ich will nicht hier klappen mit dem Wunderverliegen. Die Künzen ist so nützlich. Ja. Da muss man nicht zum Schild. Ja. Der Hin und. ich will ich in den Beskürmen wir haben das noch nicht nicht blöd dass sie das aus der Fläche wir haben das war daher ihr habt mit dem Hinz aufgehört beim Verteilen Ah ne, ich hab nicht gefragt was du eigentlich machst, aber wie gehst du dem Typen da. Oh, ist halt nicht so gut da ist er. Fuck, wenn du den jetzt wieder konsumst. Ja. Ach, scheiß Typ. Sanfte Landung. Das Spiel einhängt. Ich hab mal dahinter immer noch was. Ja. Ja, und die Zeichen müssen den Typen durchaus auch aufhalten. Geräuscht. Ja, das bringt sie dann immer noch, wie das war. Okay. Lass uns sehen, wie können wir loswerden. Was macht das? Echt die Musik? Echt die Musik? Woh, wir haben seismische Aktivität in deinem Bereich. Large scale stuff. Looks like you got their attention. Stand by. Tactical says there's no hives, nothing nearby. Jetzt versuchen wir mal, falls ich es anbieter, so ein Artillerie schlag zu kommen. Will ich ihr leben? Ja. Ach, jetzt versteh ich's. Die Elizabeth Green hat sich in den Untergrund zurückgezogen. Und wir pumpen jetzt den Untergrund mit dem Gift voll. Ah, okay. Dann klauen. Kommt von vorne an. Okay. Cool. Daher steht dann Illeton racing gleich. Tut so, jetzt nicht verk lifen. Loser ist keine Leute an. Nches schmieden nhưng. Ich glaube nicht. Jetzt fixed meine Gebirge have contempt, ich werde jetzt auf die Sch lunar Material letting Electrodografen machen. Ich lithe geheile. Die accumulatione auf mich passt. Mama schmied. Kiira. War's ν� unbruck für ge invites. Whoa. Woici mal Softzine? der macht doch immer die coole Musik dieser Blattdottkampfer ja, die coole ja ist ja eins das war ja die ganz Anfangsstory nochmal war die, das war schon alles chronologisch, oder war das? ja nein, ganz am Anfang waren wir einmal in der Zukunft das war doch nicht zukunftsicher ja, weil danach kamen 18 Tage zuvor und dann hat's angefangen und dann kriegt man doch mal wieder diese Rückblendungen 18 Tage nach der Infektion ah, da war aber auch keine Infektion ganz am Anfang ja doch, natürlich war die Infektion das stimmt doch ja, ja ja, die müssen wir denn treffen wahrscheinlich jede Seite einmal ja, die sind schon ja, die sind schon ja, die sind schon gar nicht mehr so special ne ne sind die Infizierte und mal ganz am Ende ja 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 das ist nie alles Infizierte zu Gehehe Oh Gott, schaffe ich doch nicht. Mach doch die Schusskampe wieder an. Machst du warum denn? Ja, wegen den Soldaten, dass ich die unterscheiden kann? Nee, mach doch einfach nur die Flieger kaputt. Die wissen's ja nicht, dass sie infiziert sind, deswegen sind sie nicht böse. Die haben, weil sie greifen die Pumpe doch trotzdem nicht an. Okay. Ich kann jetzt mal einen Konsum. Aber da wieder töten einfach viele einen. Wir probieren hier. Das sieht aber nicht so einfach aus. Wir haben nicht gewöhnen können. Zeit war's. Das ist so ein fetter. Auch nicht früh. Incoming. Weapon free. Weapon free. Das wird dem machen wir damals schon ganz ordentlich. Aber ich hab gedacht, diese Super Soldiers, die sie gezüchtet haben, sind was von dem Flieger. Ja, echt so. Ich hab halbstaun. Nicht mal. Das dürfen doch die Letzten sein, oder? Mhm. Aber da waren sie zumindest alle Seiten. Das müsste die vierte sein. Oh, ich glaub am Schluss dürfen wir gegen Elisabeth mit persönlich kämpfen dann, ja? Irgendwann bestimmt. Ich mein jetzt. Achso. Es ist möglich, wenn es heißt. Außer wir sie bestimmen. Oder zu. Auf jeden Fall schießt der geht ja nicht mal auf mich anstatt auf das Ding, Das ist ja schon so gut, das ist ja so krass. Scheiße. So, komm mit zu laufen. Dann kann ich nicht mehr fahren. Soll ich jetzt gegen die Käufe? Okay. Da kommt was. Destroy all the remaining infected. Blu-Talks Teil ist tot. Da waren zwei von den fetten, glaube ich, neben dem Blu-Talk. Ja. Dotz. Ich glaube, ab dem Reinforcement darf man weitermachen. Voll voll. Hälfte vom Leben wieder. Ich glaube, die sind uns immer kurz feindlich. Einfach, dass wir mal kurz uns rengen können. Ja. Ja. Ich weiß noch, wie lange wir am Anfang gehen, den gebraucht werden. Ich weiß noch, wie lange wir am Anfang gehen. Scheiße, der schlägt die ganze Zeit auf den Wein. Du musst ja einmal schlagen, dann nehmen sie auf dich. Okay, dann sag das ja. Ja. Ja, ich dachte, es wäre vorher eine Mission lang genug gewesen. Ja, die Seite trotzdem nichts mehr als den anderen anderen. Zwischen kämpft du fast mit der Black Watch. Ja, und. Ja. Wie nimmt das eigentlich immer die Autos? Das baut die... Das hat ein... ... Audi-werk unten drin. die diesen kämpfen nicht so dumm wenn ihr alle drei für direkt auf den Tänker gehen könnte ich nichts machen ja vor allem diese zwei fetten Viecher die hauen ja zu zweit den Tänker so schnell dauernd scheiß egal man weiß was gemeint ist so ein kleines Ding erreicht naja kommt zwei solch riesen Kanister Gas wenn es da ein ziemlich schwaches Pfiff dann machen wir wieder einen Cut ja also warte noch stimmt das kannst du so über das Filmchen das ist green alles ist green fäh alles ist green ja ok aber das wir haben sie ja mit diesem tollen Tankenzeug infiziert das seht ihr aber leider erst in dem nächsten Teil bis gleich die die das ist die